Musik Deine Ideen verändern! Das Motto der Ideen-Expo, es ist sprichwörtlich zu nehmen. Die Veranstaltung hat für reichlich Ideen-Input gesorgt, das Wissensevent verabschiedet sich mit einer eindrucksvollen Bilanz. Neun Tage wurde der Pavillon der Ideen und das Außengelände auf der Expo Plaza schier überrannt. Über 150 Aussteller präsentierten mehr als 400 Mitmach-Exponate. In mehr als 100 Workshops konnten Schülerinnen und Schüler Wissen praktisch anwenden und diskutierten Gäste aus Politik und Wirtschaft über Zukunftsthemen im Ideen-Talk. Das Angebot der Ideen-Expo, es begeisterte Schüler, Lehrer und Eltern. Ich muss wirklich sagen, so was die hier bieten, das können wir mühsam im Theorie-Endericht aufbauen und das können die wirklich sehr plastisch zeigen. Das ist schon toll. Ich finde, sie bietet ein sehr breites Spektrum. Besonders handlungsorientierte Experimente für Schüler, das finde ich sehr gut. Was ich an der Ideen-Expo gut finde, ist auf jeden Fall, dass man viel selber ausprobieren kann, dass es auch viele neue Sachen gibt, die man sonst so noch nicht gesehen hat. Auch für Politiker aus Bund und Ländern ist die Ideen-Expo eine Veranstaltung mit lehrreichem und unterhaltenem Charakter. Die Begeisterung der jungen Leute steckt einen total an. Es ist absolut interessant. Ich bin begeistert von den Ideen dieser jungen Leute, von der Vielfalt. Das macht riesigen Spaß. Es macht Spaß, die jungen Leute zu sehen, wie sie ganz wach und hoch interessiert, die die Sachen in Besitz nehmen. Das geht von der Schmiede los, das heißt, sich mit den ganz alten Techniken zu beschäftigen, zu wissen, dass man Stahl verformen kann, bis hin, dass man Robotertechnik lernt, das begeistert und dass man selber mitmachen kann. Also es ist toll. Vor allem, man sieht, dass man junge Menschen nicht nur begeistern kann, sondern auch für Technik begeistern kann. Das haben ja manche Menschen in unserer jungen Generation abgesprochen. Und hier wird das Gegenteil bewiesen und das ist toll. Ich bin sehr angetan. Ich finde es toll, dass diese Veranstaltung stattfindet. Ich habe hier Schülerinnen und Schüler erlebt mit hoher technischer Kompetenz, die auch in der Lage sind, das, was sie erforscht haben, wirklich qualifiziert vorzustellen. Wissen praktisch anwenden, Technik und Naturwissenschaften hautnah erleben, mit spannender Unterhaltung Jugendliche ansprechen, das gibt es nur auf der Ideen-Expo. Die Tatsache, junge Menschen zu erreichen, und zwar nicht mit DSDS oder mit Germany's Next Job Model, sondern auch mit Wissenschaft und Technik, um zu zeigen, dass es noch spannendere Dinge gibt, ist, finde ich, eine großartige Leistung. Es trifft meinen Geschmack, es ist hochinteressant. Und wenn man denn dabei dann auch noch durch Zufall etwas lernen sollte, umso besser. Emotionale Konzerte begeistern Zehntausende und das bei freiem Eintritt. Wir gehen nie genug, da geht noch mehr. Mit tiefen Unteres bei Grenzen, wenn ich von meiner Boxkriebe höre ich zu lieben, bei den Songs gehen um Luft. Mit tiefen Unteres bei Grenzen, wenn das jeder hier versteht, dann haben wir alle was davon. Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit, in einer Bisschen, der nicht sicher scheint. Die DEN Expo 2009, für die Veranstalter ist sie ein grandioser Erfolg. Ich persönlich bin sehr zufrieden mit der Veranstaltung, weil wir eigentlich schon einen Standard erreicht haben, den wir eigentlich insgeheim erst für 2011 erwartet haben. Und da muss ich meinem Team einfach mal ganz recht herzlich danken. Wir haben hier tagelang, Tag und Nacht oder wochenlang Tag und Nacht gearbeitet. Und wenn man diesen Erfolg dann hier sieht, diese begeisterten Gesichter bei den Besuchern, aber auch bei den Ausstellern, dann fällt kein Stein mehr runter, sondern der ist gleich am ersten Tag runtergefallen. Es war einfach fantastisch, was wir hingekriegt haben. Niemand hätte im Traum daran gedacht, dass die DEN Expo 2009 ein solches Ereignis geworden wäre. Ich meine sogar über die Grenzen Niedersachsens weit hinaus. Und so zieht Ministerpräsident Christian Wulff bei der Abschlussveranstaltung ein mehr als positives Fazit. Alle Ziele, die wir uns gesetzt haben, sind weit übertroffen. Wir haben 283.000 Besucherinnen und Besucher bis eben in dieser Woche gezählt. Bei den Konzerten waren dann noch einmal 26.000 Zuhörerinnen und Zuhörer, sodass wir über 300.000 Menschen hier, ich denke mal, beglückt haben. Wir konnten junge Leute motivieren. Wir haben faszinierende Jugendliche gesehen, die sich haben begeistern lassen, die etwas ausprobiert haben, etwas angefasst haben. Wir haben das Wort begreifen neu erklärt haben, dass man nämlich da etwas greifen kann. Und wir haben eine große gemeinsame Veranstaltung erlebt von Wirtschaft, von Landesregierung, von Landtag und Niedersachsen, wie es das in Deutschland so an keiner Stelle gibt. Die Ideen Expo 2009 ist Geschichte. Die Zukunft beginnt bereits morgen mit den Vorbereitungen für die Ideen Expo 2011.